Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Hallo liebe Güstrow TV Zuschauer. Wenn Sie uns Wetterfäden auf Ihrem Bildschirm sehen, ist es Zeit für einen besonderen Anlass. Herzlich willkommen zum Osterwetter. Ja, freuen Sie sich auf schöne, sonnige Ostertage. Einschließlich bis Montag gibt es viel Sonne, nur einzelne Wolkenfelder und die Temperaturen liegen so zwischen 17 und 20 Grad. Wir wünschen Ihnen tolle Ostertage im Kreise Ihrer Liebsten. Genießen Sie das Wetter, holen Sie sich keinen Sonnenbrand und machen Sie einfach das, worauf Sie Lust haben. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr, für Sie vor Ort erreichbar. Ich werde Sie wieder auf einem Geburt. You type, mage und aus einem Geburt. Ich werde Ihnen das einbudgetein. Das ist eine große Überlegung der Frise. Ich werde Ihnen das so viel aspirations. Vielen Dank.